Hallo und willkommen zum zweiten Teil meines Let's Plays von Life is Strange 2 Episode 2 Rules, einem Coming-of-Age-3D-Adventure von Dontnod aus dem Jahr 2018. Es ist die Fortsetzung der Life is Strange Reihe, in der es bislang vier Spiele gibt. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung und in der Abspielleiste. Wir spielen die englischsprachige Fassung mit deutschen Untertiteln auf macOS. Ich freue mich über eure Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Willkommen zurück zur zweiten Folge in der zweiten Episode von Life is Strange 2. Wir sind mit Daniel und Patrick in einem abgelehnen Haus gelandet, mitten im Schnee, keiner in der Nähe. Und wir sollen, wir haben ein Feuer gemacht, aber wir sollen auch noch was zu essen machen. Haben aber bisher noch nichts gefunden, was sich als Verpflegung anbieten würde. Wasser haben wir, aber offenbar auch kein fließendes in dem Haus. Von daher schauen wir mal, was wir so finden jetzt. Okay. Okay, also irgendwo haben wir Dosen hergekriegt. Was haben wir denn da? Ja, hier mal Ravioli, wenn ich das richtig sehe. Okay, da kann ich mich ja fast nicht... Da kann ich mich ja fast wirklich nicht entscheiden. Beide reden mit Daniel nach dem Abendessen. Hey, was hast du gemacht? Oh, ich bin sorry. Here's your menu choices. Ravioli or Ravioli? Okay, okay. Ich bin nie wieder zu essen. Ich bin so tired of eating the same shit. Ich möchte nur ein bisschen Pizza. Wie geht's dir? Wie geht's dir auf dich? Ah, was denn hier kaputt haben? Da ist eine Tür, hier ist ein Badezimmer. Oh, okay. Da ist ein Poggen. Und dann doch mal irgendwie das Messerchen benutzen? Aber das kann man nicht entscheiden, ne? Das macht einfach... Hm. Hm. Ich bin wirklich lucked out, stumbling into this house. So tired of eating the same shit. Ja, das ist... Ich verstanden. Packen wir das hier irgendwie auf den Ofen, haben wir einen Topf. Wäre ja schon eine Neuigkeit mal so. Hm. You'll be moving cars around in no time if you keep improving like that. Hm. You really did so? Well, that'd be a bad idea, but... You sure are getting good at this. I wonder if there's anyone else like me. Hm. Hm. I think we'd know it by now. Hm. Possibly. We scored with his clothes. Plus five street cred. Ooh. Bin ich aus dem Spiel rausgeflogen? Kind of weird to use stranger stuff every day, but... Not like we have a choice. Got a loved one hit wonders. This hot dog man issue is kind of weird. What? Who was published before you were even born, Sean? Haha. That mushroom... Schon wieder? Irgendwas mache ich doch falsch hier. Bridget totally looks like mushroom. Man. I miss listening to music so fucking much. Hm. I could do a super cool manga about Daniel. ... ... ... ... ... ... ... Er hatte auch ein paar Zeichnungen in seinem Zimmer, glaube ich, bevor wir, bevor das Haus kaputt war und wir pflichten müssen. Oh, okay, also ich habe hier immer noch keinen Topf oder sowas. Wäre ja schon hilfreich. Geht auch nicht. Es fühlt sich fast gut, dass wir alles ausgetauscht werden. Was ist ein Waschbär? Oh, hey, look, our buddy Raccoon is back. I got my eyes on her. He stole Mushroom's ravioli yesterday. Yeah, next time we'll call the forest cops, you whiskered thug. Denny, wish I had more than tobacco, to be honest. These were all I found when I hit the town last week. So tired of eating the same shit. Hm, aber auch keine andere Option als Beispiel. Öffnen wir ja irgendwie Kuh. Ich bin nur noch ein Eiweiß. Ich bin nur ein Eiweiß, nicht nur ein Eiweiß. Einen sauberen Topf finden. Ich wäre ja schon froh, wenn ich einen dreckigen Topf finde. Äh, vielleicht auf der Toilette? Hier? Warte. Kommt denn auf sowas? Und da ist Topf. Okay, die haben sogar Medizin. Was haben wir denn da? Ja. Und Schaubbad. Können wir aber auch mal an... Ja, ja. Das Haus ist cool, aber es geht nicht mit Daniel's Gesundheit. Ich will nur noch einmal einmal mitина auf dem Vampire. Bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal an, die Schrauben, die Schrauben. Wir bienen. Sie müssen die Schrauben selber tun. Bis zum nächsten Mal. Wie schön ist die Schrauben? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nein, es ist noch nicht bereit. Ich bin jetzt ein Ravioli-Expert. Ich bin jetzt ein Ravioli-Expert. Ich bin jetzt ein Ravioli-Expert. Das war ja eine der Möglichkeiten. Das ist eigentlich auch ein ganz schönes Gameplay-Element. Es ist jetzt Zeit, man beobachtet erst mal. Das war's. 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 I'm sick of ravioli. Das war Spaghetti a la Diaz. Nichts du den famous truffle sauce? Yep. Plus, I love the garlic bread. And ice cream. Yum. Oh, you want some, too? Huh, Mushroom? Bon appetit, Mushroom. Man, she loves this stuff. Sorry. I'm cold. Hold on. I need to show you something. Um, okay? Gotta show him the map. I think I left it with my books. Nothing here. Daniel, what did you do with the map? Hmm, what do you mean? You know what I mean. Where's the map that was with my stuff? Oh, this map. It's in my tent. Sorry, Sean. Okay, come on, doggy. Let's go, girl. Hey, man. Can you call your dog? I don't exist. Mushroom. Come here, girl. What a great team. Don't ask you, Connor. Time to play dad, dog. Why so serious? Sean. There's someone at the door. What the? When did he show up? I don't know. I just saw him now. Sean. 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 I'm scared. Don't worry, Yeneno. It's- It's probably just someone lost. Can we help you? Hello? What do you want? Hmm. Eine Antwort ist auch eine Antwort, ne? Motherf- Daniel? Haha, got you. Haha. Haha. Okay. Good job. Haha. You almost shit your pants. Of course I did, man. Okay. I think it's time for us to hit the road. Beaver Creek? What's that? That's where Karen's parents... Our grandparents live. Okay. So what? So we can go there and... They'll probably help us. Why do you always force us to run, Sean? What if they don't like me? They're family, right? Plus they owe us for what Karen... For what mom did. Um... You sure? It would be cool to spend Christmas with our grandparents. Man, they're gonna love you. Grandpa's super cool and... I'm sure you guys will be best buds. Well... Okay. But Mushroom has to agree too. She's part of the team. What do you say, girl? Okay, when? Tomorrow. The sooner the better. We have a long road ahead. Hmm... We should do something fun for our last night here. How about a team with ice? If I win... I get to draw on your backpack. You know I'm gonna win and draw a dick on your bag, right? I don't think so. Loser. Party time. Okay. Ready to lose? Captain. Watch your butt, matey. 4, 5, 6... Is here was... Auf dem Bild und alles andere scheinbar nicht so gut. Here we go. Just need a 6, a 5, and a 4. Okay. Got a ship. It's better than nothing. Got a ship now. Okay. I need a 5. Just give me a 5. Yes. Full ship. Hm. Okay. Ahoy, Captain. Ahoy. Und dann haben wir noch die Crew. I have a crew now. Here comes the loot. Okay. Wer kann das? Der wollte den... Here you go, Cargo. Und die anderen 3er... Wahrscheinlich... Ergeben dann die Summe ist... Also die Summe ergibt dann... Punktzahl oder wie? Oder was? Oder wann? Änderst nicht. Dann würfeln wir doch nochmal, wenn wir nochmal würfeln können. Now's the time for big numbers. Awesome. They'll do better next time. Or not. Great job, Lubber. Better than nothing. Ah. Not the best score. But I'll do better next time. You'll see. You wish. No. I wish. What? Come on. Sitz. Please. Sitz. Sitz. Got a ship now. Come on. Give me something. Anything. Phew. It was a close one. Ah. Pretty good. Okay. Let me throw now. Can I get something better this time? Sheesh. And why am I gar nichts? Okay. Give me a six. Still incomplete? What the hell? Sounds like a nose straw. No, not jemand beige. Listen. Okay. I'm dodging his eggs. I wonder what we would have done if we didn't find these dice. I don't know. Probably read all these books. Huh. Boring. You remember that time I beat dad at chess? You mean we beat dad? Yeah. You did help me distract them. Haha. I bet he would have liked this game. Definitely. He was a great pirate. Just like us. Captain Diaz, King of the Seas. Zero. Mhm. My turn now. Be ready to lose. Do you think Grandma and Grandpa will have a console? Uh, I don't think so, dude. Sorry. No biggie. I like playing dice and stuff, too. Whoa. Daniel the big nerd. Getting sick of screens. No way. It's nice for a change. But, I still want my play box. Yeah. I bet. I hope Noah's keeping our Minecraft fortress alive. Before when I come back. I'm sure he is, pal. No way he'd give up your super kingdom. What? Come on. Sits. Please. Sits. Come on. Give me something. Anything. I don't want to get a full ship. Come on. Zero. Mushroom's growing up so fast. Really? I don't see much difference. Well, she's still a tiny dog. But I can tell she's getting older. And smarter. You're a smart girl. Right? She's so cute. I'll love her forever. This is my last chance. Don't fail me. Yes. Full ship and cargo. What are you gonna do? You just lucked out. High score. How are you gonna beat that? Good luck beating that, matey. Don't worry about that. Okay. 22. The dice are yours. Yes. Full ship. Yeah, yeah. Good job. I need the score now. Pretty please. Okay. That will do. You can draw a dick. Is that it? Ooh. Look at these scores. Told you I win. You know what it means? Yeah. Okay. You can draw a dick. On my back. Hmm. Let me think. Hmm. Hold on. It's not an easy one. Needs concentration. Ta-da. Whoa. It's so cool. Thanks, Sean. So, let's do another one? It's bedtime. Gotta get up early. I'm gonna finish my comic book. She has to pee. Okay. Okay. I'll take her out for a walk. You're going to smoke. Gross. You're right. Don't smoke. But it's our last night, so we can do anything. All right. All right. I heard you the first time, dude. Oh man, dad? All right. Das war's. 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 Daniel, how are you? What's going on? It doesn't fit in. It doesn't fit in. There's too much stuff. It's fucking bullshit. Hey, cool down. It's gonna be okay. I know, but... I know, but... It looks like we're... It looks like we're going to be okay with you. It looks like we're going to be okay with you. I know, but I'm going to be okay with you. I'll be okay with you. Oh, I think we'll be okay with you. Das Gefühl, wir sollen Wasser, dann tun wir Wasser. So, noch irgendetwas? Weckfleischen einpacken. Ja, das ist natürlich auch ein Punkt. Ich nehme an, hier irgendwo steht meine Tasche. Okay, all done. Where the hell is he? Am ich nicht gesagt? Ich habe das Gefühl, es passiert noch was. Daniel! Daniel! Hey, you out here? Daniel! Where is he? We have a two day walk ahead of us. Better get going. Daniel! Where are you? No. I have to find Daniel and Mushroom. What the fuck happened here? That's not good. I... Dude! What are you doing? What are you doing? Daniel? Oh shit. Daniel! Do not move. It killed her! She was my friend! Calm down, okay? Okay? Listen. Leave me alone! No! Ooh. 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 Was macht man da? Boerschläge aus Plenum. Ich weiß nicht genau, was mit Vortreten gemeint ist. Ich weiß nicht genau, was mit Vortreten gemeint ist. Aber... Eine Tendenz wäre, glaube ich, nicht eingreifen. Kann aber genauso viel dummes Zeug passieren, würde ich behaupten wollen. Hm. Nein, ich glaube, wir greifen nicht an. Ah! You killed my dog! Fuck! Daniel! It just... happened! What's... happening to me? Shh! You... You just wanted to... protect us. I... Save your strength. We'll... We'll figure it out. Look. It's alright. I'm right here. Das war's. Ich hab's gewonnen. Hier. Du solltest es machen. Du solltest es machen. Ist das alles? Na, wenn du etwas sagen willst. Oh, Goodbye Mushroom. Du bist so ein guter Puppy. Ich will immer noch den Schnee mit dir. Und wie du... du schnudlst. Und ich will nie vergessen. Never! Thank you Mushroom. For looking after us in these woods. You won't be forgotten. Sean. Do you think she's up in Heaven? With Dad? Yeah. I'm sure he will look after her. Wait. What about his allergies? Don't worry, Inanna. There's no allergies up there. They'll be fine together. Okay. We should go. It's getting late. Sean. I'm sorry I killed the cat. I don't know what I was thinking. If only I could. I know. Come on, buddy. I wish we didn't have to go. I'd like to have a new house again. Come on. Come on. Let's hit the road. What about my traps? Should we leave them up? They'll protect the next road. No ways to stay here. Bye, Lord Snowman. You look after our mushroom. So long, my dudes. We love it. We'll be right back. We'll be right back. Now, when things happen if we don't need to see the wind, So, das war ja doch nochmal eine dramatische Wendung, wie man sie erwarten sollte, aber die Uhr hat schon vor einiger Zeit angezeigt, dass wir hier wieder eine Folge voll gemacht haben. Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie wir den Hund gerettet haben und ich kann mich auch nicht erinnern, ob das eine optionale Sache war, denn das wäre ja jetzt interessant, wenn wir den hätten auch nicht rötten können, dann wäre ja das an der Stelle hier wahrscheinlich auch nicht passiert. Ich nehme mal an, wir haben ihn irgendwie immer retten können. Es ist natürlich eine gemeine Wendung, dass er dann gleich am Anfang der nächsten Episode, dass er da erlegt wird. Na gut, aber wie gesagt, an der Stelle zweite Folge, zweite Episode zu Ende. Wir sind wieder auf der Straße unterwegs, wir sind wieder in Richtung neue Abenteuer unterwegs und mal schauen, was uns in der nächsten Folge dann begegnen wird. Bis dahin danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Meine ganzen Let's Plays gibt es auch als Playlisten auf YouTube oder Peertube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt es unten in der Beschreibung. Bis denn dann! Bis dann!